Herzlich willkommen zum heutigen Video, wo ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie eine Insta 2K Plus Kamera in der Synology Surveillance Station integrieren bzw. einrichten. Dazu zeige ich Ihnen einfach so die wichtigsten Schritte. Auf genaue Details werde ich nicht eingehen, weil es einfach dann zu lange dauern würde vom Video her. Ja, gerne können Sie aber jetzt schon der Hinweis, dass Sie uns gerne unter dem Video in die Videokommentare reinschreiben können, was wir Ihnen eventuell erklären sollen innerhalb der Synology. Und dann werden wir das gerne machen. Ansonsten wird es auch in Zukunft dann noch Videos geben, wo wir einfach nochmal explizit auf die ganzen Einstellmöglichkeiten innerhalb der Surveillance Station eingehen, um das Ganze etwas genauer zu erklären. So, als erstes habe ich jetzt hier einmal die NAS, also Synology DSM, gestartet. Das DSM ist quasi einfach halt das Betriebssystem der Synology. Wir haben hier die Oberfläche, wie Sie sie halt kennen, wenn Sie eine Synology haben. In unserem Fall ist es die aktuellste DSM 7.2, die wir hier installiert haben. Und hier oben links über dieses Symbol können Sie quasi die ganzen Apps öffnen oder Programme, die Sie auf der Synology installiert haben. Und in unserem Fall ist es hier die Surveillance Station. Sollten Sie die noch nicht installiert haben, können Sie das hier über das Paketzentrum quasi machen, indem Sie einfach auf das Paketzentrum gehen, dort nach der Surveillance Station suchen, die installieren. Und dann können Sie hier auf die Surveillance Station draufklicken auf das Symbol und dann öffnet sie sich in einem neuen Tab. So, hier haben wir jetzt halt die Möglichkeit, Kameras hinzuzufügen. Wir können hier die Live-Ansicht der Kamera oder mehrere Kameras uns quasi die Live-Ansicht anzeigen lassen oder halt auch andere Einstellungen machen. Da gibt es relativ viele Einstellungen. In unserem Fall wollen wir jetzt einfach einmal eine Kamera hinzufügen. Als wichtigstes oder als erstes sollten Sie hier im Anwendungszentrum gucken, sofern Sie Surveillance Station schon länger nutzen, dass Sie hier den aktuellsten Device Pack haben. Ich gehe jetzt hier einfach einmal drauf. In unserem Fall ist jetzt hier die aktuellste Version, die 6.1.1. Der Device Pack ist einfach ein, oder sagen wir mal, wenn Synology Updates an den einzelnen Kameras vornimmt oder irgendwelche neuen Funktionen integriert, wird das stattfinden über diesen Device Pack. Das heißt, es wird nicht jedes Mal irgendwie die Surveillance Station selbst geupdatet, sondern einfach nur dieser Device Pack, wo dann neue Kameras hinzugefügt wurden von Synology oder halt irgendwelche Erweiterungen oder etc. an den Kameras gemacht wurden. Das heißt, hier einfach darauf achten, dass der Device Pack aktuell ist, weil ansonsten kann es sein, dass Ihnen nicht alle Funktionen der Kameras zur Verfügung stehen. So, wir gehen als erstes jetzt hier oben auf diesen Punkt IP-Kamera und kriegen jetzt hier schon die Anzeige, dass wir noch keine Kamera hinzugefügt haben. Jetzt gehen wir hier auf Hinzufügen. Standardmäßig sucht jetzt Synology nach Kameras. Das ist aber eine reine On-Fiff-Suche. Das heißt, wenn wir die Kamera per On-Fiff hinzufügen wollten, was ich jetzt erstmal so direkt jetzt nicht empfehlen würde, können wir das halt hier tun, indem wir einfach die Kamera auswählen. In unserem Fall ist es hier diese IP 192168235, die wir gleich hinzufügen möchten. Aber was wir jetzt machen, wir gehen hier auf Manuell hinzufügen, geben jetzt hier den Namen der Kamera ein. In unserem Fall nennen wir die Kamera einfach mal IN8401. Nehmen wir noch Test dahinter. Dann Marke, da geben Sie einfach jetzt ein Insta. Dann haben wir hier schon die Auswahl. Wählen wir aus. Kriegen jetzt alle Modelle angezeigt, die von Synology integriert wurden. Und hier haben wir jetzt die IN8401 2K Plus zur Auswahl oder die 9408 2K Plus. Wir wählen jetzt die Kamera hier aus. In unserem Fall haben wir eine 8401. Geben jetzt hier die IP-Adresse ein der Kamera. Und können hier unten halt noch wählen, ob wir HTTP oder HTTPS verwenden möchten. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal HTTP. Dadurch, dass alles intern ist. Wenn Sie von extern zugreifen auf die Kamera, also die Synology an einem anderen Standort steht, wie die Kamera, dann nutzen Sie hier am besten natürlich HTTPS, damit die Verbindung verschlüsselt ist und die Daten auch verschlüsselt übertragen werden. Wir nutzen jetzt hier einfach mal HTTP mit Port 80. Gehen auf Hinzufügen. Haben jetzt die Kamera hier unten in der Liste drin. Und gehen jetzt auf Weiter, um sie jetzt eigentlich quasi hinanzuzufügen. Müssen jetzt hier den Speicher auswählen, wo die ganzen Daten gespeichert werden sollen. In unserem Fall haben wir hier nur das Surveillance-Ordner. Und gehen dann auf Authentifizieren. Hier geben wir jetzt quasi den Benutzernamen der Kamera ein und auch das Passwort der Kamera, um uns quasi an der Kamera anzumelden zu können. Und gehen hier auf Authentifizieren. Anschließend kriegen wir schon, dass das okay war. Der Schnappschuss wurde jetzt standardmäßig noch nicht abgegriffen. Wird abgegriffen, wenn wir auf Weiter gehen. Oder wir können hier auch einmal auf das Symbol gehen, damit er abgegriffen wird. Wobei das nicht der Fall ist. Dann gehen wir einfach auf Weiter. Und wählen jetzt hier beim Setup-Modus einfach schnelles Setup aus, um das jetzt nicht sonderlich lange in die Länge zu ziehen, das Video. Gehen dann auf Fertig. Und jetzt wird die Kamera hinzugefügt. Und jetzt sehen wir dann gleich, wenn sie aktiviert worden ist, das hier oben. Dann haben wir jetzt hier den Snapshot. Und sehen hier dieses rote Symbol. Was bedeutet, die Kamera nimmt jetzt quasi auf. Oder wird jetzt, die Synology nimmt jetzt quasi den Stream dieser Kamera auf. Und das ist eigentlich auch das Erste, was ich empfehlen würde zu deaktivieren. Weil standardmäßig ist bei der Synology jede Kamera, diese neuen zugefügten, auf quasi einer Daueraufnahme eingestellt. Und damit wir jetzt nicht unnötig Speicherplatz auf der Synology beanspruchen, werden wir das jetzt hier direkt einmal umstellen. Wir haben jetzt hier unsere IP-Adresse nochmal, das Kameramodell. Hier würde ich jetzt gerade nochmal das Kameramodell ändern auf eine 9408. Weil wenn Sie eine 9408 haben, sehen Sie jetzt hier diese Auswahl Firmware, die jetzt gerade noch hinzugekommen ist, nachdem ich 9408 ausgewählt habe. Und hier gibt es dann größer gleich Firmware 1.1.0. Und kleiner 1.1.0. Das hat einfach den Hintergrund, als wir die Kamera an Synology gesendet hatten, war die noch kleiner 1.1.0. Und es gab noch nicht, manche Funktionen gab es einfach noch nicht. Dann hat es Synology später integriert und dann scheinen die dort standardmäßig halt diese Firmware-Auswahlmöglichkeit zu machen. Das heißt, sollte in Zukunft verschiedene Sachen noch integriert werden, und das erkläre ich Ihnen auch gleich, was dann noch kommen wird. Dann werden Sie wahrscheinlich bei jeder Kamera hier diese Firmware-Auswahl haben, wo Sie dann einstellen müssen, was für eine Firmware Sie quasi haben, damit Ihnen dann diese neuen Funktionen halt bereitgestellt werden. Also in diesem Beispiel, jetzt zum Beispiel können wir hier das mit dem Port nehmen, HTTP, HTTPS, das hat Synology später erst integriert. Das heißt, würden wir jetzt hier kleiner 1.1.0 wählen, dann sehen Sie jetzt hier, haben wir nur noch den Port 80 zur Verfügung. Das heißt, es gibt nur HTTP, gibt kein HTTPS. Werden wir jetzt das hier größer gleich wählen, kommt jetzt hier HTTPS hinzu, und auch noch andere Einstellmöglichkeiten, die wir jetzt hier innerhalb der Synology haben. Ich gehe jetzt hier wieder zurück auf die 8401. Da hat Synology nur diese Größe 1.1.0 gehabt, als Sie das integriert haben. Dementsprechend haben wir jetzt dieses Auswahlmenü hier noch nicht. Wird aber wahrscheinlich dann in Zukunft kommen, und das war, was ich jetzt eben erwähnt hatte. Und zwar, wenn wir, ich gehe hier einmal auf Video, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, den Videostream einzustellen, den Synology abgreifen soll, um diesen dann quasi aufzunehmen. Und hier ist es jetzt so, dass Synology, man muss sich quasi bei Synology entscheiden, will man den Videostream per H.265 abgreifen, will man ihn per M.JPEG abgreifen, oder will man ihn per H.264 abgreifen. Das heißt, diese Auswahl ist die oberste Auswahl, Auswahl oder Priorität, die man quasi setzen muss, oder wo man sich entscheiden muss. Und dementsprechend, was man hier einstellt, stehen einem dann die entsprechenden Streams zur Verfügung. Wenn wir jetzt hier auf H.264 gehen, werden Sie sehen, dass wir hier bei der Auswahl des Streams nur einen einzigen Stream sehen. Also wir sehen nur den Stream 2. Hat einfach den Hintergrund, dass der Stream 2 in der Kamera mit auf H.264 eingestellt ist. Das ist von uns voreingestellt in der Firmware und da wir diesen Stream halt auch verwenden, zum Beispiel in der Web-Oberfläche standardmäßig, damit es in jedem Webbrowser funktioniert. H.265 ist noch nicht überall, also noch nicht in allen Webbrowsern standardmäßig möglich und dementsprechend nutzen wir da zum Beispiel in der Web-Oberfläche H.264. Man kann es aber auch selber einumstellen auf H.265. So und jetzt kurz Erklärung und zwar mit der allerneuesten Firmware der 2K Plus Serie haben Sie die Möglichkeit, ich gehe hier gerade mal, ich wechsle mal auf eine Kamera, ich hoffe, ich bin Ihnen da jetzt nicht zu schnell, mit der aktuellsten Firmware der Kamera haben Sie die Möglichkeit, diese Codierung selbst einzustellen bei jedem Videostream. Das heißt, wir können hier auf Einstellungen gehen, können dort auf Multimedia Video und haben hier jetzt die Möglichkeit, hier oben haben wir unseren Videostream für 1440p, das ist quasi 2K. Da können wir jetzt hier die Einstellung vornehmen. Für die anderen Streams würden Sie hier 1080p wählen, das ist dann Videostream 2 in der Synology. Da können wir hier auch die Einstellung vornehmen und Videostream 3 wäre der HD-Stream und hier jetzt auch halt eine Besonderheit. Mit dem letzten Update haben wir diese Auflösung hochgesetzt auf HD. Das heißt, das war vorher 360p und jetzt ist es 720p, also HD-Auflösung und da zeige ich Ihnen jetzt gleich halt noch eine kleine Einschränkung seitens Synology. Also nur, dass Sie das halt schon mal gesehen haben. Wir haben hier den Videostream 1, 2 und 3, für die wir jeweils unterschiedliche Einstellungen machen können. So, jetzt sehen wir, Videostream 1 ist hier H.265 bei der Videokodierung und Videostream 2 ist H.264, so wie wir es auch eben gesehen haben in der Synology. Wenn wir jetzt hier gucken, der neue HD-Stream, den wir quasi erhöht haben in der Auflösung, der hat jetzt auch H.264, der hatte früher H.265 gehabt und der hat jetzt aber H.264. Und jetzt gehen wir nochmal hier zurück in die Synology beziehungsweise hier in die Surveillance Station. Hier sehen wir jetzt, wir haben nur diesen Stream 2 zur Auswahl bei H.264 und wenn wir hier H.265 auswählen würden, dann haben wir jetzt hier Stream 1 und Stream 3 zur Verfügung. Jetzt haben wir eben aber gesehen in der Web-Oberfläche, wir haben ja Stream 3, der ist ja jetzt auch H.264. Das ist richtig, also in der Kamera ist der H.264. Das Problem ist nur, oder was seitens Synology nicht so schön gelöst ist, dass Synology, egal ob es unsere Kamera ist oder eine andere Kamera, es nicht dynamisch ausliest. Das heißt, Synology liest nicht aus von der Kamera, was kann die Kamera oder was hat die Kamera quasi eingestellt, sondern, ja, man kann sagen, es ist quasi hardcoded. Das heißt, es ist in der Synology fix hinterlegt. Der Stream hat das, der Stream hat das und so kann man ihn abgreifen. Einfach wahrscheinlich dem geschuldet, dass die meisten Hersteller es auch nicht anbieten, dass man das irgendwie umstellt oder die Kamera so einstellen kann, wie man es vielleicht irgendwie braucht oder ein Drittanbietersystem integrieren kann. Und dementsprechend ist diese Möglichkeit nicht drin. Wir sind momentan noch in Kommunikation mit Synology, um das Ganze eventuell zu realisieren, dass es integriert wird. Was auf jeden Fall kommen wird, dass man dann hier vorne die Firmware-Auswahlmöglichkeit hat, jetzt für die neue Firmware und dann der Stream mit den aktuellen Standardeinstellungen, also Stream mit der H.265 hat dann nur der 2K-Stream, H.264 haben die anderen zwei Streams, also Stream 2 und 3. Das heißt, das wird kommen, ob es dynamisch ausgelesen wird. Ich kann es momentan noch nicht versprechen, aber wir sind auf jeden Fall dran, damit es halt entsprechend so realisiert wird, wie es halt am besten ist. Andere Besonderheit, was halt auch nicht ganz so toll ist von Synology, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber das ist halt nicht einfach, nicht ganz so toll. Und zwar, wenn Sie hier oben auswählen, die Codierung, haben den Stream jetzt ausgewählt, in unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Stream 1, wollen die 2K-Plus-Auflösung und wenn wir jetzt als einfacher User einfach hier unten auf OK gehen, weil wir vielleicht nicht wissen, was wir hier irgendwo rumstellen oder einstellen wollen, dann ist es jetzt so, dass Synology nicht ausliest, was ist in der Kamera gesetzt, also wie ist der Videostream eingestellt seitens Framerate, Qualität etc., sondern Synology hat seine eigenen Standardwerte und die werden einfach überschrieben. Das heißt, Synology würde jetzt in unserer Kamera die Werte überschreiben und standardmäßig ist hier zum Beispiel jetzt 15 Frames pro Sekunde eingestellt. In der Kamera selbst ist standardmäßig aber 30 Frames pro Sekunde, das heißt 30 Bilder pro Sekunde, was halt einfach ein viel flüssigeres Bild erzeugt im Video und hier ist es halt dann standardmäßig 15 Bilder. Das heißt, hier achten Sie drauf, dass Sie das hier dann auch entsprechend so einstellen, wie Sie es in der Kamera quasi haben wollen oder wie es am besten diesen Standardeinstellung der Kamera halt das am besten dann widerspiegelt. Wir können die Qualität am höchsten lassen, wobei ich auch hier schon gleich zeigen kann, wenn wir jetzt auf, wir haben jetzt die Bildrate, haben wir FPS auf 30 gestellt Bildqualität haben wir auf 5, auf höchste. Jetzt gehen wir auf übernehmen und jetzt werden die Daten quasi an die Kamera übermittelt und dort überschrieben. Also jedes Mal, wenn Sie hier irgendwas ändern und es ist egal, ob Sie jetzt hier an den Videoeinstellungen irgendwas ändern oder ob Sie nur irgendwo hier bei der Bewegungserkennung irgendwas ändern. Sobald Sie auf übernehmen und okay gehen, werden die Werte in der Kamera überschrieben. Wir sind jetzt hier noch in diesem Menü gewesen. Wir gehen hier nochmal auf 1440p. Wir haben es jetzt noch nicht neu geladen. Das heißt, hier hatten wir jetzt vorher diese Werte drin und ich mache das jetzt einmal zu. Wir können hier mal bei Videokompressionen gucken. Das haben wir auf 7 stehen gehabt. Keyframe stand auf 50 und Framerate auf 30. Jetzt machen wir das zu, machen es nochmal auf und jetzt sehen wir schon, dass die Kompression auf 5 steht und der Keyframe steht jetzt auf 30. Der hat vorhin auf 50 gestanden. Das heißt, das hat Synology jetzt quasi umgestellt, diese Werte und Videokompressionen, ja, Sie können es auf 5 stehen lassen. Das ist quasi ein Mittelwert, aber letztendlich spiegelt das halt nicht ganz das wieder, was wir in der Synology gesagt haben. Das heißt, wenn wir in der Synology gesagt haben, die Qualität selber soll die höchste sein, würde seitens der Komprimierung bedeuten, die Komprimierung müsste am niedrigsten sein. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich komprimiert haben, wollen somit quasi die höchste Qualität erzielen, dann müssen wir es hier auf niedrig stellen und diese 10 Werte, die wir quasi zur Verfügung haben, spiegelt Synology hier einfach nicht wider, weil die standardmäßig nur 5 Schritte haben. Das sind wir auch noch am Kommunizieren, sollte, denke ich, dann in Zukunft auch gelöst werden. So, ansonsten haben wir hier unter Weitert auch noch mal ein paar Einstellungen bezüglich des Streams, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Man kann hier auch noch mal den Keyframe-Intervall anpassen, könnte den auf was anderes setzen, aber ansonsten belassen wir es jetzt hier mal bei diesen standardmäßigen Einstellungen und als nächstes zeige ich Ihnen jetzt hier noch das Menü Aufnahme. Hier gehen wir auf den Zeitplan und standardmäßig, hatte ich Ihnen ja vorhin gesagt, ist Synology so eingestellt, die Kamera, dass dauerhaft aufgenommen wird. Das heißt, wir hatten die Daueraufnahme, wir sehen hier die ganze Zeit diesen roten Punkt bei unserem Vorschau-Bild und hier gehen Sie jetzt am besten auf Anpassen, wählen das quasi dieses gelbe Symbol aus und jetzt tun wir hier auf diesen Pfeil draufklicken, der quasi den kompletten Zeitplan markiert, einmal draufklicken und dann ist alles gelb geworden und dann haben wir hier die Möglichkeit quasi zu sagen, jetzt soll jeder Tag, zu jeder Zeit soll quasi der benutzerdefinierte Plan verwendet werden und hier können wir jetzt sagen, bei der Erkennung, dass wir die Bewegungserkennung haben wollen und den PR-Sensor. Wenn Sie die Audioerkennung verwenden möchten, das heißt anhand von einem Audiosignal, also wenn die Kamera halt einen Schwellenwert überschreitet beim Audio, dass dann der Alarm ausgelöst wird, können Sie das hier natürlich aktivieren. In den meisten Fällen, denke ich mal, wird nur die Bewegungserkennung und der PR-Sensor verwendet. Das Ganze tun wir jetzt einmal übernehmen und jetzt gehen wir hier auf der linken Seite, wenn es gleich fertig geladen ist, auf Ereigniserkennung. Wir sehen jetzt hier oben, ich unterbreche das kurz, hier sehen, dieser rote Punkt ist jetzt hier quasi weg. Das heißt, die Synology nimmt jetzt nicht mehr auf, also nicht mehr dauerhaft, sondern nur dann, wenn die Kamera der Synology sagt, ich habe da was erkannt, entweder seitens der softwareseitigen Bewegungserkennung oder seitens des PRs. Jetzt müssen Sie darauf achten, achten, dass wenn Sie den PR mit der softwareseitigen Bewegungserkennung der Kamera gekoppelt haben, dann spiegelt sich das halt auch hier in der Synology wieder. Das heißt, wenn die Kamera nur dann auslöst, wenn sowohl die Bereiche als auch der PR was erkennt und auch nur dann würde die Synology letztendlich quasi auslösen. Weil nur dann gibt das dann die Kamera der Synology quasi weiter. Wir haben hier unter Ereigniserkennung können wir quasi halt einstellen, dass der Auslöser für die Bewegungserkennung die Kamera sein soll. Also die Kamera soll der Synology sagen, das was erkannt wurde. Und ansonsten könnte man hier theoretisch auch die Synology selber auswählen. Da würde dann einfach die Synology die ganze Zeit das Video abgreifen, im Livestream nachschauen, wurde irgendwas geändert oder hat sich was verändert oder nicht. Das heißt, die Synology selbst macht die Bewegungserkennung. Würde ich so aber jetzt nicht empfehlen, weil sie dann halt nicht die ganzen Möglichkeiten haben seitens PR etc. um das noch ein bisschen besser einstellen zu können, um halt nicht die Fehlalarme zu haben. Genau, ansonsten hier unter PR können wir das gleiche halt auch nochmal einstellen, wobei die Synology selbst hat kein PR. Das heißt, hier kann man dann nur die Möglichkeit, das nach der Kamera einzustellen oder zu deaktivieren. So, das bedeutet, ich gehe jetzt mal hier nochmal kurz in die Web-Oberfläche. Für die, die sind nicht ganz sich jetzt da so auskennen mit den Sachen und zwar unter Alarm haben wir die Möglichkeit, hier softwareseitige Bereiche einzustellen, also wo im Bild quasi die Bewegungserkennung stattfinden soll. Da haben wir ein anderes Video zu gemacht, wo wir halt auch erklären, dass sie diese Bereiche am besten klein einzeichnen, jetzt hier dann zum Beispiel über die Tür drüberlegen oder vielleicht auch nur hier über den Griff. Das heißt, wenn hier jemand durchläuft durch diesen roten Bereich, dass sich dort möglichst viel verändert. Aber das ist ja wie gesagt in einem anderen Video nochmal erklärt. Das heißt, wir haben hier unsere softwareseitigen Bereiche, die auslösen können und unter Alarmaktionen haben wir die Möglichkeit, den PER-Sensor zu aktivieren und diese Koppelung, das heißt, der ist jetzt gekoppelt mit allen vier Bereichen von der softwareseitigen Bewegungserkennung und nur wenn sowohl die Software als auch der PER was erkennt, nur dann wird der Alarm ausgelöst, vermindert quasi Fehlalarme und auch nur dann würde dann quasi der Synology jetzt gesagt werden, nimm auf und dann würde die Synology hier entsprechend auslösen. Genau, das war es eigentlich soweit mit den Einstellungen hier. Es gibt hier noch viele andere Einstellungen, wenn wir zum Beispiel auf Aufnahme gehen, können wir hier halt unter Stream einstellen, welcher Stream verwendet werden soll, um quasi bei welchem Zeitplan in welcher Qualität aufgenommen werden soll, etc. Wie gesagt, schreiben Sie es gerne in die Kommentare, falls wir da irgendwie nochmal drauf eingehen sollen. Ansonsten nochmal ein kleiner Hinweis, dass Synology selbst auch mit H.265-Videostreams das Ganze ein kleines bisschen eingeschränkt hat, wenn es hier zur Live-Ansicht geht, das heißt, es gibt hier die Überwachungszentrale, da können Sie sich die Kameras live anzeigen lassen. Bei H.265 benötigen Sie aber den Synology Client und den können Sie sich einfach runterladen. Das ist quasi letztendlich einfach ein Programm, was diese Webseite hier widerspiegelt, das heißt, es sieht dann genauso aus, nachdem Sie sich angemeldet haben, aber Sie haben halt ein Programm auf dem PC oder auf dem Mac, wo Sie das Ganze öffnen, können Sie auf der Synology Webseite runterladen, unter Downloads und da gibt es den Surveillance Station Client, den können Sie einfach runterladen und sich dann mit der Surveillance Station verbinden, ist dann auch nochmal ein Stückchen schneller, weil halt nur die relevanten Daten abgegriffen werden müssen und nicht die komplette Oberfläche. Ansonsten hoffe ich, das Video hat Ihnen gefallen, es war jetzt hoffentlich nicht zu lang und falls Sie Fragen oder irgendwelche Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an support.insta.com oder halt unten unter die Kommentare im Video und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.